so hallo und herzlich willkommen vielen dank fürs einschalten ich habe mich dazu entschlossen dieses video zu machen einfach aufgrund dass ich denke dass es da mit sicherheit einige leute draußen bei euch gibt die denen es genauso geht wie mir einfach so ein bisschen gewisse frustmomente bei beim streamen oder sei es bei den neuen videos uploaden auf youtube generell ist es jetzt erstmal gezielt für twitch aber kann mit sicherheit auch auf youtube widerspiegelt werden und das geht im grund genommen darum eine kleine community aufzubauen ich sage gleich erstmal eine kleine das kann mit sicherheit irgendwann mal wachsen aber wichtig wäre es für mich erstmal ein gewisses soliden kern zu finden die da wirklich mit dabei sind aktiv sind und wie das ganze dann auch aufgezogen wird eben das ganze zusammen mit mir aufzubauen und zwar ja geht es eben um eine kleine twitch community erst mal in erster linie die idee darauf hat mich gebracht ich meine ihr kennt mit sicherheit alle schaltet den stream ein streams los qualität würde ich behaupten passt soweit spiele sind vielleicht auch okay du unterhältst du unterhältst einfach auch ein bisschen sitzt jetzt sich nur da und sagst okay passt und fragst dich warum kommen keine zuschauer warum findet mich keiner ist einfach ein frustig frustige geschichte also ich stream jetzt auch schon seit der weile ich habe auch früher aktiver gestreamt also wirklich vor ein paar jahren da war es dann hatte ich auch teilweise wirklich viele zuschauer und wie es aber jetzt dazu gekommen ist dass ich jetzt im prinzip einen neuen kanal gemacht habe und wirklich von unten wieder anfangen und versucht das original gut aufzu aufzuarbeiten eben wirklich aktiv zu werden eine community aufzubauen wie es jeder eben für sich wünscht würde ich mal behaupten der eben stream möchte ich jetzt einfach quasi so ne so ne so ne so ein grundgedanken war von mir da dass man sagt okay man holt sich mal oder tut sich mal zusammen 15 bis 20 leute für den anfang erst mal wirklich um das klein aufzubauen nicht jetzt zu sagen okay wie es halt auch in den meisten gruppen ist so ja viele mitglieder niemand interessiert was der andere macht jeder will am besten die klicks und die followers abgeiern aber im endeffekt auch niemand wirklich bereit was dafür zu tun deswegen sage ich gezielt ich will jetzt nicht die passen da drin haben und die massen aufbauen sondern erst mal 10 15 bis sage ich mal von anfang maximal 20 personen zusammenfinden die da wirklich interesse haben was zu machen die auch eben stream oder youtube kanal haben die einfach vorankommen wollen auch und nicht eben auf diesen ich poste meinen link irgendwo und hoffe dass die leute kommen und mich feiern sondern wirklich auch was dafür tun die uns gegenseitig supporten eben auch wenn es um tipps geht zum streamen equipment wie auch immer grundgedanke ist stelle ich mir so vor okay wir haben jetzt zb 20 leute zusammen jeder hat ein twitch kanal wir machen dann irgendwie portal auf eine webseite ein forum oder sonst irgendwas oder eine steam gruppe wie auch immer wo wir alle drin sind und dann wenn eben einer stream postet er quasi seinen link rein und sagt ja ich bin jetzt online und ich sag mal natürlich kann man dann in dem moment nicht zwingen jeden sofort alles liegen und fallen zu lassen und dann den stream einzuschalten aber ich sag mal wenn die member die möglichkeit hat man ist eher am pc oder lädt gerade irgendwas hochrendert ein video was ja auch sachen sind also bei mir läuft eben auch der pc öfters wenn ich nicht am pc bin dann doch bitte einfach kurz an den pc gehen von dem kollegen den link anklicken im browser öffnen ton aus einfach nur laufen lassen sage ich mal dass einfach mal zuschauer da ist vielleicht auch mit dem mal schreiben hey wie geht es wie läuft es einfach mal kurz ein bisschen den chat ein bisschen beleben dass er auch sieht okay da ist jemand dabei dann fällt es einfach den leuten auch leichter zu streamen zu reden zu unterhalten und wenn es dann eben vielleicht von den 15 bis 20 leute ich sag mal vielleicht vier fünf sechs leute schaffen das zu machen einfach wenn einer streamt oder wenn mehrere stream meinetwegen auch mehrere streams offen zu lassen hat man eben eine gewisse grund für zahl also ist man ist einfach wenn man auf twitch sich bewegt ich kann mal gerade eben hier reingehen nehmen wir was von spiel nehmen wir denn jetzt mal zum beispiel sind extrem viele zuschauer wir gehen mal weiter runter hier escape vom tag auf als beispiel jetzt einige deutsche kanäle aber jetzt auch nicht so mega viele da wäre es jetzt zum beispiel beziehungsweise alle kanäle sind es alle kanäle ja wenn du da jetzt natürlich einsteigst und ein viewer hast wäre sie gar nicht mal so schlecht muss ich sagen das war jetzt auch eher ein schlechteres beispiel man muss eigentlich auch ein spiel nehmen was mehr weiter hier oben ist wenn man jetzt hier counterstrike nimmt kanäle auf deutsch genau machen jetzt deutsch so rum war es nämlich da hat man sieht man alle dann kommst steigst du hier ein mit null oder einen viewer und bist eben ganz da unten wo die ganzen leute mit einem zuschauer sind das kennt jeder von uns da hängst du drin und am ende des tages bevor dich hier jemand findet bei diesen null bis ein zuschauern und da dann noch draufklickt und dann in dem moment noch sagt hey du dein content feier ich der setzt sich ab von den 50 anderen die hier sind ja ist schwierig daher kommt auch mein grundgedanke dass man sagt eben okay wir haben vielleicht wenn es gut läuft maximal möglichst viele natürlich in dem moment man muss schreiben die community hier ich bin jetzt live schaut doch mal vorbei schaltet einfach ein dann hast du vielleicht vier fünf grundzuschauer schon vielleicht sechs sieben keine ahnung dann landest du schon hier oben hier bei 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 zwischen fünf sechs sieben zuschauern und bist hier und dann ist gar nicht mehr so weit bis ganz nach oben sage ich jetzt mal also wenn man muss gar nicht mehr so weit runter scrollen um dich zu finden und zu sagen okay es schauen immerhin schon sieben leute zu dann muss doch gerade konnte gar nicht so schlecht sein und dann schalten wir mal ein aber jeder kennt das so wie oft schaut man wirklich bei twitch rein und guckt dann bei jemand rein der ein oder null zuschauer hat ich meine ich persönlich mache es öfters mal gehe gezielt da rein schaue mir deinen content an guck wie der ist schreib mit dem einfach um herauszufinden hey was machst du wie sieht es aus wie reagiert er auch um mich selber zu verbessern eben zu sagen okay ja wie wie ist er drauf keine ahnung einfach so mache ich öfters mal aber am ende des tages wisst ihr wie es läuft und ich denke das ist ein thema was die meisten von euch auch betrifft und das ist eben ein part von der community wo ich mir sagt okay das könnte man mal starten da könnte man was aufbauen uns gegenseitig supporten ist natürlich mir auch klar dass es jetzt nichts gelbe vom eis und es ist auch nicht wirklich der eine kann dann sagen okay ich möchte meine zuschauer wirklich von null auf von von null auf wirklich generieren und meine community aufbauen kann ich verstehen bin ich bin ich dafür wenn ihr das so machen wollt macht es aber ich sage man könnte uns selber in der gruppe einfach ein bisschen boosten so dass man eben zumindest mal bei 78 später vielleicht auch zehn 14 zuschauer als start boost hat und dann kommen die leute schon auch dazu und sagen okay da komme ich gucke ich mal rein dass ein paar leute wie auch immer und wäre natürlich cool wenn man dann auch ein bisschen mit schreibt und mal einfach so den support auch gibt an die anderen leute weil man erwartet es ja dann vielleicht auch von den anderen wenn man dann selber streamt und sagt okay heute stream ich poste rein und dann sieht man okay aus der community kommen wirklich vier fünf leute und die schreiben dann in den chat rein unterhalten sich mit mir dadurch wird man selber ja auch attraktiver für zuschauer wenn dann im chat schon eine aktivität ist und auch eben ich als streamer mit den leuten agiere und rede das ist einfach das was das ganze ausmacht und das macht ja auch dem streamer mehr bock dem zuschauer macht es mehr bock es einfach denke ich eine solide sache und ich denke da kann man was gutes aufbauen und deswegen will ich auch nicht jetzt auf teufel komm raus sagen wir brauchen 50 leute ich will nachher hier 20 34 haben als startbasis das wird glaube ich nicht funktionieren das kann vielleicht irgendwann mal funktionieren wenn die wenn die community wirklich ausgebaut wird aber das soll auch langsam und natürlich funktionieren und man kann dann mit sicherheit wenn man die grundbasis hat von 10 15 bis 20 leuten die wirklich engagiert sind sich gegenseitig helfen ist es mehr wert als wie wenn man eben eine gruppe hat mit 2000 leuten wo dann keiner wieder für den anderen irgendwie interesse hat oder man kennt sich nicht oder es ist einfach so wieder dieses anonyme deswegen will ich das wirklich aufbauen und erst mal mit 10 15 bis 20 leuten und dann mal gucken auch wie das funktioniert der eine wird mit sicherheit sagen okay du für mich ist es nichts funktioniert nicht oder der andere sagt auf der scheiß drauf ihr macht jeder was er will ich bin auch weg weiß nicht aber ich denke so kann sich das wirklich ein bisschen rausfiltern und dann hat man leute die wirklich bock darauf haben hier auch auf twitch voranzukommen und gegebenenfalls natürlich auf youtube da kann man dann genauso sagen ich habe hier mein neues youtube video in die steam gruppe guckt doch mal bitte rein schaut euch mal an gebt mir vielleicht feedback was ich besser machen kann gebt einen daumen hoch natürlich man kann sich gegenseitig abonnieren und followen und so einfach ein bisschen ein netzwerk aufbauen sich sich untereinander helfen kommunizieren auch nicht dass es alles so anonym abläuft und ja das ist so meine grundidee ihr könnt ihr mal gerne in die kommentare schreiben ich werde es in facebook jetzt mal verteilen in den in den gruppen könnt ihr mal gerne in die kommentare dort schreiben und auch natürlich und das youtube video bzw ja wenn ihr bock habt mitzumachen natürlich schreibt in facebook unter dem beitrag darunter ich würde gern mitmachen da könnt ihr dann auch euer youtube name oder twitch name mal dazu schreiben und des weiteren bitte ich euch auch unter dem youtube video das ihr jetzt gerade anschaut zu kommentieren mit dass ihr dabei seid ob ihr da bock drauf habt oder weiß ich nicht wie auch immer ob ihr da vielleicht als zuschauer mitmachen wollte und wirklich sagen wollte okay ich gucke schaue gerne dann in die streams vorbei um euch zu supporten oder habt ihr einen eigenen stream kanal den könnt ihr dann auch gerne in die kommentare schreiben einfach so schreibt ein bisschen was dazu was ihr macht was was eure beweggrund ist ob ihr sagt okay du habe ich eigentlich so bock ich mich stream halt so vor mich hin wie auch immer und ja ich denke das ist eine ganz coole idee könnte funktionieren hatte ich jetzt auf jeden fall wie so ein wiesen gedanken einfach ob man das mal starten kann ich weiß es nicht ob jetzt ihr alle sagt okay das ist kompletter schwachsinn das funktioniert nicht das brauchen wir gar nicht funktionieren probieren oder ob ihr sagt okay die idee ist echt gut es könnte funktionieren auch wenn es nur ein bisschen was bringt klar ist mir immer klar dass nicht jeder aus der gruppe dann aus der community immer zuschauen kann aber wie gesagt wenn man 20 leute ist und vielleicht einfach schon weiß ich nicht in guten fallen fünf bis sieben leute hat die dann auch die man kennt sich ja mit der zeit untereinander die dann auch ein bisschen kommunizieren hey du wie geht es was machst du wie läuft es beim zocken einfach so die kommunikation kommunikation ein bisschen herstellt der chat bewegt sich ein bisschen hat ein paar zuschauer ein paar mehr follower kommt hier auch gleich da ein bisschen höher dass man nicht erst mal eine halbe stunde runter scrollen muss um euren kanal zu finden weil jeder weiß es wird nicht funktionieren und wenn man halt eben monatelang mit null zuschauern einfach da hockt und für sich sagt okay der content ist eigentlich ganz cool was ich mache ich kann es mir angucken ich kriege nicht kalte kotzen aber es kommen einfach keine leute dazu ist halt für mich auch mega frustrierend und deswegen habe war die idee da das einfach zu starten und ihr schreibt jetzt mal bitte in die kommentare haltet ihr das für eine gute idee schlechte idee pro kontra seid ihr dabei habt ihr bock drauf seid ihr motiviert und ja ich weiß nicht wie lange ich jetzt gerade schon wieder aufnehmen aber ich will jetzt auf jeden fall nicht mega lange ziehen ich glaube es war schon länger als ich das eigentlich wollte und kurzes knappes video darüber machen wie das ganze nachher abläuft kann man natürlich besprechen im discord und auch erstmal vielleicht über ein über facebook gruppen chat oder wie auch immer ist ja alles kein problem heutzutage gibt auf jeden fall den daumen den daumen hoch in dem video wenn ihr da bock drauf habt wenn ihr sagt das ist eine gute idee und ja ich hoffe es sind einige dabei die da wirklich bock drauf haben sich gegenseitig zu supporten wirklich zu supporten nicht dieses ja klar mache ich immer und macht auch keiner das will ich nicht ich will wirklich leute die bock drauf haben und eben da motiviert sind was zu reißen und voranzukommen das ist das ziel am ende des tages mehrere zuschauer zu zu bekommen und leute die wirklich bock haben da mitzumachen würde ich feiern dann sage ich vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal